Heute gehen wir auf die längste Seilrutsche von ganz Europa auf dem Hochheibrig mit 2,3 Kilometer Länge und bis so 120 kmh Geschwindigkeit. Jetzt ziehen wir dann das Gestalt an und machen uns bereit für die längste Zip-Line. Die Adrenalinkick vom Sternensauser fängt schon an beim ersten Einklicken in die Sicherheitsstufe. Bei der atemberaubenden Fahrt kommt man vor allem im ersten Drittel auf die spektakuläre Geschwindigkeit von 120 kmh. Und man saust auf einer Höhe von bis so 80 m über dem Boden. Die Fahrt im ersten Teil der Zip-Line geht über 1800 m und man ist 2 Minuten unterwegs. Nachher kommt man auf Zwischenplattform, wo es dann heisst Umstiegen, weil es gibt nochmal eine Zip-Line. Die zweite Zip-Line hat nochmal eine Länge von 500 m. Man kann auch wünschen, dass man diese Fahrt liggend oder Kopfhörer macht. Mit einer spektakulären Aussicht auf den See. Der Sternensauser ist schon ab 9 Jahren und man muss mindestens 1,30 m gross sein. Unter 16 kostet die Fahrt 50 und über 16 ist 70 Fr. Danke dir für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Praktikant.